Also das wird man erst so gegen Ende bekommen, diese Mod. Naja, es ist ja auch schon fast das Ende des Let's Plays, meine ich jetzt in der Richtung. Ich bin ja gerade auf dem Weg zu diesem riesigen Teil, was ich hoffentlich dann auch benutzen kann. Ja komm, ich habe noch immer keine Diamanten gefunden, das ist irgendwie, naja wie sollen wir es sagen, ungewöhnlich. Aluminium, Aluminium. Aber dafür sehr viel andere Zeug. So wie sieht mein Inventor aus? Es ist voll. Super, weg mit dem Zeug, was ich nicht mehr finden werde, garantiert nicht finden werde, wie zum Beispiel Glas, Wood, Gold. Und so die fertigen Stacks kann ich auch schon mal wegwerfen. So. Ah. Na. Nein, keine gute Idee. Okay, ab auf dem Weg zurück. Und das Schwert kommt anstelle von 1. Das würde ich jetzt etwas schade finden, wenn ich jetzt keine Diamanten finde. Wäre ja die ganze Zeit hier umsonst gewesen, denn ich brauche ja nur Diamanten eigentlich. und Eisen und so weiter sind Nebenprodukte, aber eigentlich erstmal nur Diamanten. Abs, Ab, Bslazuli. Abs, Ab, Bslazuli. Vielleicht könnte man das irgendwann mal gebrauchen. Guck mal, was wir hier alles haben. Salpeter, Iron. Ich bräuchte Silber Ich dachte es wären Diamanten Ich dachte es wären Diamanten Silber Das kann doch nicht wahr sein So weiter geht's Immer weiter immer schön Da haben wir doch was Eigentlich bräuchte ich Eine Fortune Pickaxe Uhu Ein Diamant Zwei Diamant Drei Diamant Vier Diamant So Ja ich gehe noch ein bisschen weiter Bis ich so Noch ein bisschen was gefunden habe Vielleicht finde ich ja noch ein paar Diamanten Dann könnte ich mir auch so eine Diamanten Pflanze bauen Das sieht irgendwie aus Als wäre das Irgendein Fehler Na Bau dich Immer schön weiter Schön Und was haben wir da oben Diamanten Wie schön Schade Nur einer Ach wir brauchen acht Stimmt ja Also ich muss mich sowieso weiter bauen Ja Verpeiltheit Hoch Keine Ahnung Drei Und ich muss langsam etwas sparsamer mit meinen Fackeln umgehen So Was sagt mein Inventar Mein Inventar sagt Es ist alles okay Schön Cadmium Wer braucht Cadmium Ich brauche so gut wie gar kein Cadmium Das kann vielleicht auch daran liegen Dass ich die falschen Mods benutze Aber Wer braucht Cadmium Ferus Obwohl Das Zeug Kann man gebrauchen Denn wenn ich davon genügend habe Kann ich mir wieder Diamanten machen Was sehr schön ist Peter So So Okay So langsam Fällt mir auf Dass ich auch ein bisschen verzaubern könnte Denn Ich bin Ups Ich bin jetzt so Level 50 Ich baue einfach alle Fackeln wieder ab Auf dem Workweg Und baue den Gang zu Und baue den Gang zu So So Und schon haben wir die ersten 20 Minuten einfach nur damit verbracht Diamantensucht zu suchen Kann es Kann es was schöneres geben Nein Aber ich habe jetzt 9 und das reicht Ende aus Okay Und gerade Läuft es nicht gerade rosig So Sollte Tut mir leid Aber vielleicht Hin Gut Jetzt geht es wieder halbwegs So Das ist Okay Das geht alles Super schön Super geil Zack Weg mit euch Ich kann euch nicht gebrauchen Ähm Ja So Plättern Storage Erstmal Vier Diamanten Nein Acht Diamanten Hier rein Hier rein Machine Casing Das Machine Casing haben wir noch nicht Ähm Äh Äh Acht Stück brauchen wir dafür Oder Nein Das Ding haben wir noch nicht Eindeutig Oh 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 Zack Und Einmal die Platte Basic Machine Casing So Jetzt brauchen wir noch Jetzt brauchen wir noch Bronze Und so weiter Das Ding ist Das Ding ist aus Falsche Taste Und der Und der ist schon bei 8000 Boah Mit dem Atomreaktor läuft das jetzt echt schnell Das muss ich schon sagen Das ist schön Aber wir brauchen 22 Buckets dafür Was Ziemlich 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 Viel ist So Weg damit Dann Oh Einen haben wir noch Ein Stückchen Haben wir noch Zwischen muss das Ding hier fertig sein Ah